Hallo und Hallo zusammen, mein Name ist Maisy Fanta und das ist mein Channel. Heute ist der letzte Tag in Portugal, bzw. gestern war der letzte Tag. Nachher geht es ab an den Flughafen. Ich konnte nicht so viel vloggen, wie ich das wollte, bedingt durch das Wetter. Ich hatte zwei Tage schön Wetter. An diesen zwei Tagen habe ich etwas hochgeladen. Der Rest der Zeit war relativ schlechtes Wetter. Es hat sich also nicht rentiert, um etwas aufzunehmen. Ab heute Abend bin ich wieder zurück in der Schweiz. Aber heute, in einer Woche, am nächsten Freitag, sind wir wieder hier in Portugal. Dann wird es definitiv weitergehen mit den Vlogs, bzw. mit den Ferienvideos. Das Wetter ist dann entsprechend auch viel besser wieder, viel wärmer. Und von dem haben wir jetzt auch mehr Strand und mehr Portugalvideos gegeben. Das Ganze dann ab nächsten Montag, Freitag. Wir sehen uns dann wieder in den Ferien und bis zum nächsten Mal. Und wenn es gefallen hat, Daumen hoch, Kommentar nicht vergessen. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020